Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Peter Michael Haas. Vieles in der Musik habe ich mir selbst beigebracht, selbst rausgehört, selbst komponiert und selbst improvisiert. Und diese Freiheit möchte ich so gut es geht an meine Fans und Leser weitergeben. Hier auf YouTube findest du die aktuellen Neuigkeiten aus meiner Werkstatt. Die aktuellen Tipps. Zum einen der Video-Workshop Lerne das Akkordeon kennen. Wer bisher noch nie Akkordeon gespielt hat und neugierig ist, erfährt hier die ersten Schritte, dieses tolle Instrument zu handeln und kennenzulernen. Ja und zweitens meine neue Playlists Forescore-Tipps und Tricks. Da gebe ich Ratschläge zum Umgang mit der Noten-App Forescore. Außerdem findest du hier auf dem Kanal Highlights meiner Live-Auftritte und natürlich die schönsten Originalstücke aus meinen Akkordeon-Büchern. Sei also willkommen und schau dich um. Und wenn du mehr entdecken willst, dann komm auf meine Website peter-mhs.de Hier oben findest du direkt den Link dorthin. Die Website ist voller Informationen für junge und alte Musikfans. Zum Beispiel viele kostenlose Beiträge aus meinem Ratgeber-Blog rund ums Musikmachen. Meine neuen Online-Workshops, die dir dabei helfen, freier zu spielen. Meine Bücher für Akkordeon, für das Bandoneon-Spiel und zur Harmonielehre. Und dazu dann jede Menge Akkordeonstücke zum Noten-Download. Schau mal rein und schau dich um. Wenn dir meine Videos gefallen und wenn du mir eine Freude machen willst, dann gib diesem Video ein Like. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, was sich bei mir tut, abonnierst du am besten hier den YouTube-Kanal. Ein Button dafür wird gleich nach Ende dieses Videos auf dem Schirm erscheinen. Wir hören voneinander. Dein Peter Michael Haas Dein Peter Michael Haas